So Leute, wir haben heute eine ganz besondere Challenge. 100.000 Euro Einwurf. Das bedeutet, irgendjemand aus dem Publikum wird ausgewählt und wir beide versuchen das Ganze jetzt mal. Wir kriegen zwar leider keine 100.000 Euro, aber wir probieren es einfach trotzdem mal. Und natürlich die Linie darf nicht überschritten werden. Ich liebe Basketball, aber ich kann echt gar nicht Basketball spielen. Die Richtung war so gut, aber war zu kurz. Ja, ich habe mit beiden versucht, weil ich dann besser in die Mitte konnte. Also die Richtung war gut, aber ich bin nicht lang genug gewesen. Also so läuft später dann hoffen. Aber ja, 100.000 Euro, das bedeutet einmal eine Chance. Einwurf, ne? Einwurf, genau. Einwurf, 100.000 Euro. Krass. Wir drücken dem Zuschauer natürlich die Daumen. So passt kurz, Leute. Es wird jetzt mega spannend. Ein Kandidat hat die Chance. Auf 100.000 Euro. Das Ganze präsentiert vom Einkaufsland Wegloy. Über 80 attraktive Fachgeschäfte. Dominik, wo bist du? Servus. Du hast tatsächlich die Chance jetzt auf 100.000 Euro. Hast du schon jemals einen von der Mittlinie gemacht? Kann gut sein, dass ich mal irgendwie einen Lucky Shot hatte, aber... Also ich spiele jetzt nicht regelmäßig Basketball, aber früher mal wieder. Mal schauen. Wir drücken dir auf jeden Fall alle die Daumen. Was ist dir lieber? Komplett stille Halle oder Riesenjubel? Ja, kann gerne mitjubeln. Also Oldenburg, ihr habt es gehört. Wir fragen unseren Einsatzleiter, Herrn Heinrich. Alles soweit okay? Okay, wunderbar. Hubert, du klatschst das Publikum jetzt ein. Auf geht's. Ein Wurf von der Mittellinie. Dominik aus Oldenburg. Alle Hände für ihn in Bewegung, wenn er trifft. 100.000 Euro. 3, 2, 1, GO! Dominik, sah nicht schlecht aus. Bisschen kurz. Danke fürs Mit-Dabeisein. Trostpreis gibt es natürlich für dich. Und zwar einen Gutschein für zwei VIP-Launch-Tickets für ein Heimspiel der EWE Baskets Oldenburg. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.